So Leute, heute schauen wir uns Train Valley 2 an. Der erste war schon ganz gut und wir hoffen, der zweite hat sich ein bisschen weiter entwickelt. Der Forstbetrieb. Probieren wir das unten mal aus. Missionsbesprechung. Verdiene 40.000 Dollar. Vermeide Zug und Glück. Missionszeit. Okay. Tutorial nehmen wir mal mit und weiter her. Streckenbaumodus. Verbinde die Stadt mit dem Lager. Ja, ja, alles gut, alles klar. Oh mein Gott. Könnte ich jetzt hier bauen. So. 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 Das war's für heute. Dann fangen wir voll und dann fangen wir wieder zurück. Jetzt macht das Sinn, wir können das für 10.000 kaufen. Dann brauchen wir einen Abriss-Typi. Zack, zack. So schnell nochmal neu starten. Dann fangen wir wieder zurück. Dann fangen wir wieder zurück. Na ran. Neh, das war gut. Dann werden wir wieder zurück. Dannök mean zurück und penis. Dannoß, dass wir dann zusammen. Gibt man das Gesteins hier Dings nicht? Gibt man das Gesteins hier? Gibt es noch einen Lob zulegen? Kostet schon 20.000, ich habe noch 31.000. Nee, Moment noch nicht. So, das fahre ich immer automatisch ab. Ich verstehe. Ich brauche eine breite Gesundheit. Aber ich bin gerade nicht gefahren. Okay. Das war's für heute. Das wollte ich nicht. Jetzt werden wir einen Bretter überziehen eigentlich. Dann stecken wir was um. Genau. Jetzt läuft er aus. Jetzt sind wir wieder drin im Spiel. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt sind wir wieder drin. Ja, das ist das Spiel. Ich muss ein bisschen überlegen, ein bisschen basteln. Aber es ist ganz nett gemacht. Gute Grafik ist nicht jedermanns Sache. Scheiß Polykongram bin ich auch kein Fan von. Aber hier tut es keinen großen Abbruch. So. Erstmal läuft es noch da. So. So. Der Board ist noch da. Jetzt können wir die Zuge leisten. Ah, die brauchen auch noch Leute. Verstehen. Kriegt ihr, kriegt ihr. Verstehen. Ich könnte mir das ein bisschen eleganter lösen, aber ich habe jetzt keine Lust nochmal neu zu bauen und so groß ist die Quest hier auch nicht. Hm, naja, waren wir halt drüber mit der Zeit. Aber egal, geschafft ist es geschafft. Was haben wir jetzt? Der Bauernhof. Zerstöre keine Objekte. Lass keinen Zug zum falschen Bahnhof fahren. Okay, dann machen wir einen Rundkurs. So viel Kohle haben wir nicht. Was ist da denn los? Das ist eigentlich der Bahnhof. Ach da ist der Bahnhof mit Arbeitskräften. Dann verbinden wir erstmal eine Sache. Gar nicht so leicht. So, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Dann erstmal Arbeitskräfte da hin. 10 mal Sand, 4 mal Weizen und was mit dem Kühl? Kühl braucht man keiner. Aber ja, alle Kühl fressen das. Dann störe ich noch ein Stück Boni. Dann fütteln wir erstmal noch bis dahin. Ja, ich bin okay, es ist gut. So, jetzt verteilen wir erstmal die ganzen Leute überall hin. So. 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 da gehen gleich eastern kümmer auf die reise. und dann zusammen hier auf fettig. So, das ist Train Rallye 2. Ich finde es cool. Für zwischendurch auf jeden Fall mal nice. Wir haben Sachen zerstört und einen zum falschen Bahnhof geschickt. Naja, man kann es perfektionieren auf jeden Fall. Aber in diesem Sinne, das war mein Eindruck. Ich finde es auf jeden Fall cool. Falls euch interessiert, schaut es euch an und ansonsten holt es euch. Bis dann, macht es gut. Ciao.